ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play und wir haben letzte folge ein gegenbeweis beziehungsweise eine teleportation ruhe bekommen da achten sie mittlerweile ich hatte dieses system das ist so scheiße das ist so ein scheiße ich höre dich habe ich sehe dich nicht bist du hier oben wenn sie erst mit einer beknackten leiter kämpfen wir wollen was disco licht an er bist du es hier oben hier oben ist einfach nur eine bücherei ja ja um Uh-huh. Okay. Mm-hmm. 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 soll es sein wo ist osten hier erst mal die große folge wie dass ich hier sein ja es befindet sich also in mainz castell ok das kriege ich hin da ich glaube das ist das oder ich glaube das ist das wo ich dahin muss das wo ich schon mal war ja mal gucken wenn xadas und seine aufgabe gibt dann ist das eben natürlich noch was anderes sind sich das ja jetzt mal nur der weg wieder zu seinem eigenen haus aber wir diesen hier nehmen das ist ein anderer weg quasi dann geht es hier die hier war ja der mond schiller das heißt das wirst du ja da gleich sein da bist du noch org sein mit dem reden können das problem ist ich weiß nicht wo wir das seiten genau jetzt ist ich dass wir das körper ist gerade noch mal auf karte ich will karte an so neun xa das alte thomas 20 stadt östlich das ist nordwestlich dinge die man mal wieder nicht verstehen muss hier naja typ sagt östlich und ich gucke gerade auf einer karte nach ist es einfach nordwestlich nord fucking westlich westlich nicht östlich boy so 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 ja 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 genau da warte ich hin irgendwo hier ist das dann so hier ist schon mal so eine brücke das ist die org stadt wenn ich mir vermuten würde wo ist der typ der org zu finden den wir reden sollen der schamane muss ich auch mal gerade nachgucken um Vielen Dank. Ich glaube, ich verstehe, dass das tatsächlich hier sein soll. Warum die keine Karte machen, ist mir wieder mal unklar in diesem Forum. Manche Dinge verstehe ich nicht, aber man muss das hier auch nicht. So, hier ist es nicht, ne? Hier sind nur die normalen Orks. Äh, hallo? Okay. Ähm. Ähm. Ich glaube, auch das bringt mich nicht weiter. Ähm. Ich weiß es doch auch nicht. Hier vielleicht? Ne. Auch nicht. Scheiß Orks sehen. Das sind so Typen. Das sind sie nicht. Äh. Äh. Hier vielleicht irgendwo, wenn ich hier hoch kann. Man weiß es ja nicht. Ich könnte ja mal hier hoch. Vielleicht sehe ich dann ja irgendwas. So. Ich glaube nicht, dass der da oben drauf ist, aber vielleicht sehe ich den. Äh. So. Da ist keiner. Hier ist keiner. Naja, ich mach jetzt mal einen Cut, bis dann in der Folge. Tschüss. Zuspah. Aus. Aus.